Der frisch verheiratete Sascha Wiegand singt jetzt um einen der letzten Plätze in den Teams der Coaches. Der Gedanke auf die Bühne zu gehen ist natürlich schon, also da hat man tierisch Respekt vor. Aber einen Gedanken an Sieg oder Niederlage habe ich überhaupt gar keinen. Also null. Wenn sich ein Stuhl umdrehen würde, dann wäre das eine riesen Erleichterung, weil Ziel erreicht. Egal wer es jetzt ist. Ich bin einfach nur heiß. Also jetzt will ich raus. Jetzt will ich es wissen. Es ist wie wir einfach nur helfen uns selbst. Sehr angenehm, samtig.